Wenn ich jetzt unsere Zahlen anschaue von Zipcall und jetzt mal nur die Neukunden anschaue vom letzten Jahr, dann sieht man, dass sich jeder dritte Neukunde für die Teams-Telefonie entschieden hat. Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast Digital Erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions. In der heutigen Episode geht es um die Microsoft Teams-Telefonie und wie sie heute im Vergleich zu anderen virtuellen Telefonanlagen abschneidet. Und zu diesem Thema habe ich einen ausgewiesenen Spezialisten eingeladen. Es ist Patrick Müller. Er ist Partner-Channel-Manager bei Zipcall. Und lieber Patrick, schön bist du heute mit dabei und vielleicht wäre es gut, wenn du zwei, drei Sätze zu dir und zu Zipcall sagst, damit das Publikum weiss, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, danke vielmals für die Einladung, Patrick. Ja, wie gesagt, mein Name ist Patrick Müller. Ich arbeite seit 2017 bei der Zipcall, einem renommierten und bekannten VoIP-Telefonie-Provider hier in der Schweiz. Und wir bieten verschiedene Lösungen an, also nicht nur Teams-Telefonie, sondern auch zum Beispiel eine virtuelle Telefonanlage oder auch ZipTrunk. Okay. Ja, darüber kommen wir jetzt vielleicht gleich in das Gespräch. Ich glaube, viele Unternehmen überlegen sich ja, unter anderem die Teams-Telefonie-Lösung einzuführen. Und ich glaube, es wäre schon spannend, das möglichst neutral mal zu beleuchten. Also vielleicht für alle, die das noch nicht so richtig einordnen können, die Teams-Telefonie-Lösung heisst ja nichts anderes, als dass wir über unsere normale Teams-Applikation auch auf das Festnetz telefonieren können, aber eben auch Anrufe entgegennehmen können. Quasi alles in einem Tool. Und da Teams generell im Vormarsch ist, ist das natürlich für viele Unternehmen eine naheliegende Lösung. Aber vielleicht, Patrick, gib mal einen Überblick, bitte, welche modernen Telefonie-Lösungen aktuell auf dem Markt sind und wie sich da diese Teams-Telefonie überhaupt einfügt. Genau, also grundsätzlich gilt es zu sagen, es gibt wirklich hunderte verschiedene Lösungen auf dem Markt betreffend der Telefonie. Also das beginnt beispielsweise bei einer virtuellen Telefonanlage, die gehostet ist beim Provider. Das kann auch eine eigene Telefonanlage sein, wie zum Beispiel eine 30x-Anlage, eine Starface oder MyTel. Das sind eigentlich so die, ich sage jetzt mal, drei beliebtesten Telefonanlagen im Zip-Trunk-Bereich. Oder dann gibt es eben die Teams-Telefonie oder auch CRM-Systeme, die einen eingebauten Soft-Client haben. Für uns als Provider ist es sehr spannend, regelmässig auszuwerten, welche dieser Lösungen vermehrt eingesetzt werden. Zip-Call selber hat eben drei verschiedene Lösungen und dort sehen wir dann auch, welche Endgeräte angemeldet sind. Und dort sehen wir eigentlich immer noch, dass nach wie vor sehr viele VoIP-Adapter im Einsatz sind. Also sprich, eigentlich analoge Geräte, die man über einen Adapter in die VoIP-Telefonie-Welt überführt, oder? Das ist wirklich spannend. Also wir sehen eigentlich 30% aller Kunden setzen immer noch einen VoIP-Adapter ein. Also, warte mal kurz. Das heisst ja faktisch, dass Unternehmen auf die VoIP-Telefonie generell umgestellt haben, aber immer noch alte Geräte eingebunden haben in hohem Masse. Ist das, wäre das die CRM-Systeme? Das ist korrekt, ja. Warum macht man das? Das frage ich mich auch. Aber man sieht es immer noch oft, dass viele Unternehmen, oder zum Beispiel noch analoge Deck-Sender im Einsatz haben, also Funk-Telefone, und viele möchten diese ja noch weiterhin benutzen. Und da ist es das Einfachste, einfach das weiter zu betreiben. Ja gut, okay. Das ist ja auch ein valider Punkt, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber wenn man jetzt nicht spezielle, zum Beispiel Fabrikhallen hat, oder ähnliches, wo man vielleicht hohe Investitionskosten hat, das umzubauen, oder ähnliches, vielleicht mit WLAN abzudecken, oder was auch immer dann die Lösungen sind, dann ist das ja valide. Aber vielleicht mal kurz in die andere Richtung. Weisst du, im Backbone, also quasi ist denn heute so der Marktanteil der Teams-Telefonie versus den traditionellen Telefonie-Lösungen, weil es ist ja schon so, dass das eher das jüngste Produkt wahrscheinlich ist. Das hätte ich jetzt mal eingeschätzt. Stimmt das überhaupt? Das ist korrekt, ja. Also ich kann jetzt nicht für den ganzen Schweizer Markt sprechen, wobei ich dort auch mal eine Zahl gesehen habe, in einem IT-Magazin. Dort war es, glaube ich, bei den UC-Lösungen ein Anteil von 80%, wobei man dort nur von den UC-Lösungen spricht. Also UC heisst Unified Communication. Das heisst, das sind Tools, die die gesamte Kommunikation abbilden können. Und Teams ist eben ein Tool davon, oder? Dort war der Anteil wirklich sehr gross. Wenn ich jetzt unsere Zahlen anschaue von Zipcall und jetzt mal nur die Neukunden anschaue vom letzten Jahr, dann sieht man, dass sich jeder dritte Neukunde für die Teams-Telefonie entschieden hat. Das ist ein grosser Anteil. Ist das gross? Ja. Okay, sehr spannend. Danke für diese Insights. Ich denke, traditionell, wir verfolgen ja das Thema auch schon seit Jahren jetzt und sind seit Anfang mit dabei bei iTrust. Es ist schon so, dass die Teams-Telefonie traditionell wahrscheinlich recht hinterherhinkt gegenüber den etablierten Voice-over-IP-Lösungen. Man hat insbesondere früher meiner Meinung nach natürlich sehr oft Abstriche gemacht in der Funktionalität. Jetzt mal ganz generell, bevor wir etwas abtauchen, dann auch in die Details, mal ganz generell, ist das heute immer noch so oder eher nicht? Das ist die Grobeinschätzung von dir. Also hättest du mich das vor drei Jahren gefragt, dann hätte ich wirklich gesagt, ich würde noch warten, es ist noch ausbaufähig jetzt betreffend den Telefonie-Funktionen. Aber heute muss man wirklich sagen, Microsoft Teams kann eine Telefonanlage gut ersetzen. Also Teams hat wirklich sehr viele Funktionen, zum Beispiel eine Warteschleife, eine Telefonzentrale mit Öffnungszeiten, Feiertagsschaltungen, ich kann makeln, mit und ohne Rückfrage. Also wirklich alle Funktionen, die man eigentlich von einer modernen Telefonie-Lösung erwartet. Okay, gut, das ist mal die generelle Antwort. Jetzt vielleicht, wo sind die grössten Defizite noch? Ich gehe mal einfach davon aus, mal eine Prämisse, dass es immer noch gewisse Nachteile gibt in der Telefonie-Funktion. Wo siehst du die aktuell noch, wenn überhaupt? Also was ich von den Kunden und Partnern immer wieder höre, das sind vor allem zwei Bereiche. Einen davon kennst du sicher. Das ist das Thema zentralisiertes Adressbuch. Das hört man immer wieder. Das existiert jetzt in dieser Form in Teams noch nicht. Man hat einfach seine persönlichen Kontakte. Die werden ja auch synchronisiert vom Outlook rüber ins Teams, oder? Das ist mal der eine Bereich. Der andere Bereich ist das fehlende Anzeigen von verpassten Anrufen aus einem Ringruf. Das heisst also, wenn du einen Ringruf baust, da kommen eingehende Anrufe rein, dann sehen die Anrufagenten die verpassten Anrufe nicht. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber in beiden Bereichen gibt es eigentlich Lösungen von Drittanbietern, die man da dazunehmen kann. Okay, aber du siehst, wenn ich es richtig verstehe, diese Telefonbuch-Thematik, einverstanden, also zentralisierte Telefonbuch-Thematik, das ist in der Tat jetzt meiner Einschätzung schon eher, wie soll ich sagen, übel, dass man das noch nicht hat, weil es ist ja schon, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht die absolute Raketenbau, auf Englisch Rocket Science ist es wirklich nicht. Und das andere ist, dass man, das ist eine kleine Funktionalität, kann übrigens morgen ja ändern, oder? Typischerweise, genau, so kleine Justierungen passieren ja regelmässig bei Teams, möglicherweise auch einer der Vorteile, dass es schnell mit Hochdruck weiterentwickelt wird. Aber das ist schon, ja, sehe ich, also diese zwei Punkte müsste man, wenn man das als Kernfunktionalität betrachtet, quasi ersetzen durch Drittprodukte. Das ist vielleicht eine gute Überleitung in die Drittprodukte, danke Patrick für diese Einschätzung. Die, also wir haben jetzt auch einige Projekte, die wir diesbezüglich machen, und ich sehe dann schon, sobald es etwas umfangreicher wird, insbesondere in der zentralen Funktion, also weisst du, wenn du Richtung Call Center gehst, oder Messung von, von quasi von Anrufen, oder aber eben auch Compliance, spezielle Compliance-Anforderungen, und dann geht es dann schnell mal Richtung Drittprodukte, wo man ein Add-on dazu kaufen muss, das spezialisiert dann diese Funktion übernimmt. Jetzt für eine normale Unternehmung, ab wann muss man sich mit Drittprodukten befassen, wann genügt der Standard, deiner Meinung nach, nicht in der Praxis? Also, ich sage jetzt mal, bei 85% von allen Unternehmen reichen eigentlich die Funktionen out of the box vollkommen aus, oder? Ja. Es gibt einen kleinen Teil, wie du bereits erwähnt hast, das sind dann vor allem Call Center Lösungen. Also, wenn ich dann wirklich zum Beispiel ein Skilled-Based Routing haben möchte, oder ein Dashboard, wo ich dann genau sehe, wer ist gerade mit wem am Telefon, und ich muss reinhören können zum Beispiel, das ist ja beim Call Center gang und gäbe, oder ich brauche eine Gesprächsaufzeichnung, die automatisch immer startet, dann brauche ich einen Drittanbieter. Und da gibt es ja sehr viele verschiedene. Was sind so Namen, die fast immer auftauchen in diesem Zusammenhang von Drittprodukten? Also, hier in der Schweiz hört man eigentlich immer von der Firma Luver, weil die eine Schweizer Firma ist, die ist auch ziemlich gross, ist auch zertifiziert für Microsoft Teams. Was man auch oft hört, ist die Firma Landis, die ist, glaube ich, in England angesiedelt, die hat auch sehr viele Funktionen. Okay, ist klar. Aber du sagst, 85% braucht das nicht. Das sind meistens 15%. Das ist eine Arbeitsthese. Ich glaube, man kann das nicht zwingend auf die Größe der Firma applizieren, sondern ich glaube, der Treiber ist die Komplexität. Korrekt? Oder wie würdest du das einschätzen? Absolut, ja. Also, man muss wirklich bei jedem Kunden die genauen Anforderungen abholen, um dann entsprechend zu entscheiden, ja, brauche ich einen Drittanbieter oder nicht. Das ist sehr individuell. Also, es hat nichts mit der Größe zu tun, auch nicht zwingendermassen mit der Branche, sondern das hängt wirklich an den Anforderungen. Okay. Du, jetzt muss ich nochmals zurückblätten, sorry für die unstrukturierte Fragetechnik. Trotzdem, jetzt ist mir das noch in den Kopf reingeflogen. Weisst du, du hast gesagt, ein Drittel ist Teams-Telefonie und zwei Drittel bei euch im Unternehmen sind dann andere Lösungen, wenn ich es richtig verstehe, der Neukunden. Ja. Jetzt musst du mir trotzdem mal kurz erklären, was gibt es denn eigentlich noch für Gründe für alternative Lösungen? Immerhin zwei Drittel, finde ich ja eigentlich noch viel. Ja, das ist wirklich so. Also, ich muss so sagen, ich oder wir im Kundendienst kriegen sehr oft, ich würde mal sagen, zweimal in der Woche einen Anruf von einem potenziellen Kunden, der dann sagt, hey, ich habe da gehört, die Teams-Telefonie, die ist modern und super, oder ich möchte die auch haben. Und dann fragen wir jeweils, ja, setzt du denn Teams bereits schon ein? Und dann sagt er, so Teams brauche ich nicht, ich möchte es nur als Telefonanlage nutzen. und dann müssen wir immer sagen, ja, das ist der falsche Ansatz, oder? Weil Teams ist ja keine Telefonanlage, sondern Teams ist ein Zusammenarbeitstool, das auch telefonieren kann, oder? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da muss man wirklich dann von Kunde zu Kunde unterscheiden und dann auch das Richtige empfehlen, weil Teams ist nicht für jeden das Richtige. Ja, gut, ich staune wieder, einmal mehr, zwei Drittel, die brauchen Teams nicht, oder noch nicht, ist natürlich auch eine Strategiefrage, muss man sagen. Es kann natürlich durchaus sein, dass ein Unternehmen heute Teams nicht braucht, aber strategisch vielleicht in den nächsten drei Jahren, dass es sich dann mal aufdrängt. Ich sehe das. Und dann ist es vielleicht sinnvoller, aber ich teile die Meinung, dass man natürlich nur wegen der Telefonie-Lösung nicht auf Teams setzen muss. Wahrscheinlich auch aus kommerziellen Gründen nicht, würdest du auch sagen. Ja, das ist sicher auch ein Grund. Unter anderem ist auch von den Funktionen her, also es gibt natürlich schon seit x Jahren sehr viele Telefonanlagenhersteller, die haben ja nichts anderes gemacht, als Telefonanlagenhersteller, oder? Die sind ja Profis darin und dort hat man eigentlich viel mehr Funktionen zu einem günstigen Preis, wobei man halt dort auch beachten muss, eben wenn man Teams, wie gesagt, schon einsetzt, als Collaboration-Tool, dann ist meine Empfehlung, wieso nicht auch die Telefonie über Teams führen. Weil dann macht es wirklich Sinn und dann sind auch diese Kosten für das zusätzliche Add-on, das ich da brauche, darüber habe ich noch gar nicht geredet, sind diese Kosten auch, sage ich jetzt mal, gut tragbar und es ist ja eine Investition in die Effizienz schlussendlich. Ja, finde ich gut. Machen wir unbedingt die kommerziellen Faktoren, müssen wir kurz anschauen. Trotzdem, ich glaube auch, ich meine, der Gewinn, dass man einfach nur ein Tool hat, dass man sowohl Videotelefonie als auch Festnetztelefonie mit einem Tool abwickeln kann, ich glaube, das überwiegt wesentlich, auch wenn man da den einen oder anderen Nachteil vielleicht noch in Kauf nehmen will, auch wenn du, das würde ich total teilen, sagst, heute ist das nicht mehr, ist dieser Abstand definitiv nicht mehr so gross. Und ich glaube, morgen wird er wahrscheinlich dann noch viel weniger gross sein, wenn überhaupt noch, weil wahrscheinlich die PS, die da Microsoft auf den Boden bringt, in der Tendenz etwas höher ist als die andere. Aber der Ausblick kommt noch. Nein, lass uns die kommerziellen Faktoren, lieber Patrick, kurz avisieren. Also vielleicht auch da ein kleiner Vergleich zu einer, sag ich mal, gängigen Lösung, die nicht Teams ist und zur Teams-Telefonie-Lösung. Wie unterscheiden sich da die kommerziellen Faktoren? Was muss ein Interessent da wissen? Also wichtig zu erwähnen jetzt für die Teams-Telefonie ist ja eben, wenn ich extern telefonieren möchte, dann brauche ich immer das Add-on. Das Add-on nennt sich Phone-Standard oder zu Deutsch Telefon-Standard. Das kostet, das sind jetzt Microsoft-Preise, 7,90 Franken pro Benutzer und Monat, also da zahle ich pro Benutzer. Wenn ich jetzt mit anderen Telefonanlagen vergleiche, zum Beispiel mit einer 30X, weil 30X wird auch sehr oft eingesetzt, dort ist es so, dass ich pro Gesprächskanal bezahle und je nach Case ist das eine oder das andere günstiger, wenn ich jetzt nur den Preis anschaue. Ja, aber es ist ein Kanal, also eine gleichzeitige Verbindung quasi. Genau, also gegen aussen, eingehend und auch intern. Da konnte es auch immer auf den Hersteller drauf haben. Okay, okay. Aber es ist so, bei Teams hast du eigentlich dieses Add-on, sagen wir mal 8 Franken, Dollar, Euros pro Monat und Benutzer und dann hast du das und natürlich kommen bei allen Lösungen immer auch die Gesprächskosten dazu, die ihr dann ja auch quasi, ich glaube davon lebt ihr, wenn es mir recht ist. Das ist richtig, genau. Diese Carrier-Kosten, die man natürlich je nach Unternehmen dann auch richtig optimieren kann, oder mit international, nicht international, flat, not flat, was auch immer, da gibt es ja wahrscheinlich auch Millionen Spielvarianten. Korrekt, ja. Okay, alles klar. Aber ist es generell so, dass die Teams-Telefonie immer teurer ist, oder? Nein. Nicht, hä? Nein. Kann man nicht sagen. Das kannst du nicht so sagen, ja. Eben, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie viele Benutzer sind es, wie viele Kanäle brauchen die, und dann, du hast es eigentlich schon erwähnt, mit den ganzen Providern, bei SIPCALL ist es jetzt so, bei einem anderen Provider sieht es wieder ganz anders aus, um das miteinander zu vergleichen, das ist extrem kompliziert, also nur schon, wenn ich einen Konkurrenzvergleich mache, machen wir ja alle immer wieder mal, stellen wir fest, bei jedem ist es anders. Wahrscheinlich aus Prinzip, dass man es nicht vergleichen kann. Wahrscheinlich. Okay, aber jetzt vielleicht trotzdem kurz, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, doch, komm, ich will einen Schritt machen, wie geht man typischerweise vor für diese Teams-Telefonie? Also wenn jetzt du das als SIPCALL beantworten würdest, was ist so? Usus. Also du meinst jetzt die Migration zur Teams-Telefonie? Ja, ja, ja. Also mein vorgeschlagenes Vorgehen ist, dass man eigentlich zuerst mal einen Business-Vertrag eröffnet, also zuerst mal Kunde wird bei SIPCALL, oder? Und dann hat man die Möglichkeit, und das ist sehr wichtig, in einem ersten Schritt mal neue Rufnummern zu bestellen. Also du kriegst von uns komplett neue, extern erreichbare Telefonnummern und kannst die zu Teams routen. Du musst dann noch das ganze Direct-Routing entsprechend einrichten und dann kannst du bei deinem bestehenden Provider, sagen wir mal, das ist eine Swisscom zum Beispiel, kannst du dann umleiten auf die SIPCALL-Rufnummer und bist eingehend über Teams ja dann schon mal erreichbar, oder? Ausgehend hast du sogar die Möglichkeit, eine sogenannte Clip-Anpassung zu machen. Das heisst, du setzt quasi deine bestehende Rufnummer bei der Swisscom als ausgehende Rufnummer. Die wird dann immer angezeigt, wenn du austelefonierst. Das heisst, niemand merkt, dass du über Teams telefonierst mit SIPCALL und einer temporären Rufnummer, sagen wir mal, und kannst das Ganze testen. Und du kannst dann auch die ganzen Ringrufe einrichten, Öffnungszeiten, Feiertagsschaltung, das machst du alles im Teams-Admin-Center. Und falls du mal irgendeinen Fehler machst, kannst du ja die Weiterleitung wieder rausnehmen bei der Swisscom. Und wenn alles läuft, dann der zweite Schritt, du portierst die Rufnummern dann zu SIPCALL und du musst die ganze Konfiguration nicht nochmals machen, nur die Rufnummern endet. Okay. Also eine clevere Migration ist sicher, eine Strategie ist sicher sinnvoll. Typischerweise würde ich jetzt mal behaupten, macht man das als Unternehmen auch mit einem Partner, wie zum Beispiel Lighttrust, der dann das auch, ja all die technischen Details schon x-mal gemacht hat und so quasi auch in keine Falle getappt wird und dann plötzlich die Telefonie nicht mehr klingeln, wenn sie sollten. Das ist sicher eine gute Idee. Lieber Patrick, lass uns noch kurz einen kleinen Ausblick machen. Und zwar, wenn du jetzt antizipieren müsstest, du bist ja auch schon ein alter Hase im Markt, meiner Meinung nach, du hast schon viel gesehen. Was würdest du sagen, wenn man jetzt vielleicht, wie viel blätten wir nach vorne? Drei Jahre. Was denkst du, drei Jahre nach vorne? Blenden. Was denkst du, wie ist die Situation, Teams Telefonie versus andere Telefonie-Lösungen in drei Jahren zu bewerten? Es ist ja oft noch wichtig, dass man eine Zukunftsantizipation macht, um vielleicht die richtige Strategie für sich auch zu definieren. Was würdest du sagen, wie sieht die Welt dann aus? Ist sehr schwierig zu beurteilen, wie es dann aussieht, aber ich denke, Teams wird sehr viele neue Funktionen kriegen, auch im Telefonie-Bereich. Auch die fehlenden Features, die werden dann sicher nachgearbeitet. Ich hörte auch schon, dass es im Bereich vom Contact Center von Microsoft selber auch sehr viele Neuerungen geben wird, also dass du da nicht mehr mal einen Drittanbieter mehr brauchst. Eigentlich noch eine gute Strategie von Microsoft. Aber ich denke, auch in drei Jahren wird es immer noch so sein, dass noch nicht alle zur Teams Telefonie gewechselt haben. Dass es auch immer noch viele verschiedene Hersteller gibt, die da um Anteile, um Marktanteile kämpfen werden. Okay, spannend. Danke vielmals. Sehr interessant. Also, ich denke, ein kleiner Wrap-up. Du korrigierst mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, aber ich würde mal sagen, wir haben heute gehört, dass die Teams Telefonie keineswegs mehr funktional hinterherhinkt wesentlich den anderen Telefonie-Lösungen und dass es eigentlich fast immer Sinn macht, wenn man bereits eine Teams-Strategie fährt oder in Zukunft eine Teams-Strategie fahren wird, dass man dann auch auf die Teams Telefonie setzt, dass man aber in anderen Fällen, wenn das nicht der Fall ist, dass man sich durchaus auch andere Lösungen anschauen kann, die dann vielleicht besser passen, vielleicht auch etwas günstiger sind oder ähnliches. Es lohnt sich also da sicher auch, das ist generell in jedem Thema so, auf das richtige Pferd zu setzen. Wir haben gehört, dass aktuell die zwei wesentlichen Funktionen dieses Adressbuch ist und auch die Mist-Call-Anzeige aus einem Ringruf, wenn ich die richtig verstanden habe. Das kann aber morgen schon wieder Geschichte sein, vielleicht wenn ihr diesen Podcast hört, ist das vielleicht bereits schon wieder Geschichte und ausgemärzt von Microsoft, denn das ist meiner Meinung nach eine der grossen Stärken. Es geht unheimlich schnell nach vorne, die Features, die trudeln ein, ja, Minutentakt ist übertrieben, aber wirklich in einem sehr hohen Takt und ich glaube, da werden wir noch das eine oder andere sehen, was man heute wahrscheinlich noch gar nicht antizipieren kann. Das erstaune ich auch selber immer wieder. Da locke ich mich ein ins Teams-Admin-Center, gehe da in einen Ringruf und da sind schon wieder neue Funktionen drin. Absolut, absolut. Lieber Patrick, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch etwas anfügen, das wichtig wäre, das dir vielleicht noch auf der Zunge liegt? Ja, was es vielleicht noch, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist eben, vielleicht auch noch ein paar Worte zur Anbindung, oder? Es braucht ja für die Teams-Telefonie oder es gibt für die Teams-Telefonie verschiedene Anbindungsvarianten, die ich da wählen kann. Es gibt zum Beispiel die Variante, dass ich Microsoft als Provider verwenden kann. Das sind die sogenannten Microsoft Calling Plans. Es gibt dann eben aber auch die Variante in SitCall zum Beispiel als Provider zu nehmen und dort gibt es wieder unter Varianten das Direct Routing, Operator Connect und Operator Connect Mobile, wo ich sogar meine Handynummern zu Teams routen kann und dort ist es eben auch wichtig zu schauen, welche dieser Anbindungsvarianten ist für mich die richtige. Nicht, dass ich von Anfang an schon sage, es muss alles über Microsoft laufen zum Beispiel, da gibt es Vor- und Nachteile, die ich da bewegen muss und auch hier können wir oder natürlich auch ihr als Partner, ihr habt ja auch sehr viel zu tun, auch mit der Microsoft Telefonie, mit den Calling Plans, da können wir natürlich den Kunden sehr gerne helfen, oder? Ja, das ist ein guter Hinweis, weil ich finde wirklich aus Endkundensicht diese Wahlmöglichkeiten sind ziemlich vielfältig, finde ich, und die sind da auch nicht ganz einfach so simpel zu entscheiden, ich denke, es lohnt sich wirklich eine Beratung in Anspruch zu nehmen in diesem Zusammenhang, die Komplexität ist nicht ganz ohne, merke ich auch immer wieder, wenn wir da unsere Spezialisten aufbieten müssen, es lohnt sich und eigentlich dann schon ist eine Abkürzung zum Erfolg quasi. Lieber Patrick, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst, uns einen kurzen Überblick zu geben, hat mir Spass gemacht, wer weiss, vielleicht müssen wir das nochmals nachholen dann in 1, 2, 3 Jahren, schauen, wo wir stehen, wie die Marktlage da aussieht bis jetzt, aber vielen lieben Dank, Patrick, und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Sehr gerne, ebenfalls, danke dir, Patrick.